Ja, jawohl, von hinten, haa, ich bin ein Ninja, ich schleiche mich an, haja, 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 jawohl. Jo, was geht Leute, ich bin's wieder, euer Curry und heute habe ich mal wieder ein Let's Play für euch und zwar spielen wir heute Rage Mode. Gut, so, was ich davor noch sagen will ist, es kamen in letzter Zeit jetzt keine Videos von mir, das habt ihr vielleicht sicherlich bemerkt, denn ich war krank, vielleicht hört ihr das noch und deshalb konnte ich unmöglich Videos machen, das ging halt einfach nicht und ja, jetzt bin ich halt wieder teilsweise gesund und ja, dann kann man halt auch anfangen und ja. Genau, wir spielen jetzt, äh, Hijack, das dürften einige von euch vielleicht kennen, die schon mal Rage Mode gespielt haben und ja, dann wollen wir halt mal gucken, wie gut ich bin oder auch wie schlecht. Das fängt ja schon mal gut an. Natürlich treffe ich mal wieder keinen, doch, ich habe jemanden getroffen. Ja, ein Punkt. Was? Na gut, von hinten, äh, von oben meine ich natürlich. Der sieht mich und der knallt mich einfach ab. Naja, man muss halt mit Konsequenzen leben können, gell? Stimmt's? Ja. Irgendwie bin ich gerade nicht so gut in Form, aber das ist jetzt auch gerade vollkommen egal. Jawohl, mit der Axt. Ich hätte ihn natürlich auch mit der Schere neifen können. Ja genau, das tut der schon, also muss ich das ja nicht mehr tun. Los, bewegt dich nicht, bewegt dich nicht. Nein! Ich hätte es fast geschafft. Aber nur fast. Ja, fast, genau, fast. Ja, wenigstens habe ich noch einen getötet. Bevor ich endgültig versagt habe. Nein, den habe ich nicht mehr erwischt. Schade. Oh Mann, Alter. Ich bin so rum und voll runter. Oh Mann. So schlecht muss man erstmal sein wie ich. Ich hoffe, es gibt keinen schlechteren. Ansonsten wäre ich ja nämlich der Schlechteste. Mir würde es jetzt nichts ausmachen, denn ich bin ja nicht so gut in solchen Letztplänen. Aber, ja. Genau. Ach, und nebenbei möchte ich euch noch sagen, ich habe ja jetzt noch eine Woche Ferien. Weil ich hatte zwei Wochen Ferien, habe jetzt noch eine Woche und fahre jetzt dann in Urlaub. Das heißt, ihr werdet eine Woche lang keine Videos von mir sehen. Nur, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Es könnte vielleicht sein, dass ich noch ein Video online stelle, welches ich noch vorproduziere. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Und da müsste ich halt mal nachgucken. Irgendwie habe ich gerade nichts in Planung. Also, nur, dass ihr wisst, dass ansonsten halt kein Video kommt. Ja, das war eigentlich schon alles Gesagte. Und jetzt gehen wir weiter an dieses Deathmatch ran. Hä? Habe ich mich gerade selber irgendwie nach hinten gekickt? Oder hat es der irgendwie gerade umgepackt? Ja, ich habe ihn gesehen und dann ganz knapp, bevor ich ihn erwischt hatte, erwischt hätte, wurde ich erwischt. Sehr wichtig nicht. Jawohl. Ja, drei Stück hintereinander. Und dann beim dritten wurde ich aber noch gekillt. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Oh Mann. Das demütigt mich gerade. Das macht mich emotional fertig. Ja, komm. Ich dachte schon, die Ex kommt zu mir zurück. Nein, das war ein anderer Online-Spieler, der mich tätet. Ich hätte das... Mann. Ich hätte doch die Schere nehmen können. Ja, also. Das ist nice. Wieso habe ich es nicht getan? Wieso habe ich es nicht getan? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ja. Gleichzeitig. Irgendwie leckt es gerade bei mir voll rum. Entweder liegt es am Server oder es liegt an meiner Internetverbindung. Ja. Jawohl. Von hinten. Ha. Ich bin ein Ninja. Ich schleiche mich an. Ha ja. Ha ja. Ha ja. Jawohl. Kommt nur zu mir. Ihr kriegt das, was ihr wollt. Jawohl. Auch nochmal getroffen. Aber dann bin ich selber gestoppt. Aber das macht mir nichts aus. Macht der schon weg. Okay. Gut. Der stand hinter der Mama. Der stand hinter der Mama. Das regt mich gerade auf. Aber sehr. Sehr, sehr. Oh. Nein. Ja. Jawohl. Ach, jetzt ist aus. Ja, ich habe nicht gewonnen. Aber gut. Gut. Man kann nicht immer im Leben gewinnen. Das muss man halt eben akzeptieren. Und das akzeptiere ich eigentlich jedes Mal, weil ich fast nie gewinne. Und ja. Naja. Gut. 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 Na, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder eine gute Runde Rage Mode bieten. Äh, meinerseits jedenfalls. Und, ja. Genau. Äh, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das, ähm, Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Also, haut rein und bis die Tage. Bis zum nächsten Mal.